Was war das denn? Nicht zu sehen. Ach so. Ich weiß nicht, was ich da zu erwarten habe. Keine Ahnung. Ah, dann hat er tatsächlich mal in einem Piratenfilm auch mitgespielt. Das ist ja schon wieder cool. Und da ging das Radio wieder an. Okay, gehen wir ins Bad. Lass es uns rausfinden, was hier los ist. Es ist alles runtergespült. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Beschweren kann man sich da ja eigentlich eher weniger. if you want to make it to the end, just remember. The monster can be scary. Spricht sie denn von einem bestimmten Monster oder einfach nur den Monstern im Kopf? Ist eigentlich schade, dass man das aufheben kann, aber dass man es nicht spielen kann. Ich hätte es gern gespielt. Oh, oh, wir sind drin. Was? Ja, du kennst ihn. Du kennst ihn. Ja, hat er. Also beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Ja, genau der. Wo kommen denn die Schatten mit den Köpfen her? Na gut, okay, die Tentakel sind auch gerade nicht hier. Fitted Spinner heißen sie eigentlich. Fitted Spinner heißen sie eigentlich. Ach so. Kann ich jetzt... Ne, ich hab ja... Hä? Was hab ich getan? Jetzt haben wir da auch Wellen zu. Weil das Wasser läuft. Mach mal das Wasser aus. Viel witziger als das Originalvideo ist eigentlich die Reaktion von Unge darauf. Das Reaktionsvideo von Simon Unge auf dieses Video von dem Kerl mit seinen Fidget Spinnern. Das ist so witzig. Weil er sich halt selbst total kaputt lacht dabei. Passiert was, wenn ich das jetzt ganz oft mache? Weil ich jetzt beides wieder anmache. Ah, es regnet sogar. Ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Nur Wasser? Nur Wasser. Ne. Hä? Nur Regen? Regen? Das war wohl richtig. Hm, okay. Also es ist Nacht. In die Nacht werden wir auch irgendwie brauchen. Und... Nochmal Regen? Nee. Meer? Ach so. Geht nur bei uns zusammen als Meer. Tatsache. Ich weiß, dass da ein Radio im Raum ist. Das Radio soll ja die Nacht darstellen. Wenn ich das ausmache, dann ist... Sonne. Ich wollte nur erstmal ausprobieren, ob das mit Nacht funktioniert oder ob das mit... Sonne funktioniert. Lass mich mal machen. Wie ich schon sagte, lass mich mal machen. Ich hätte das schon nach außen gemacht. Keine Sorge. Ist das jetzt frei? Oh, es geht raus. Lass mich doch lesen. Darf ich jetzt lesen? Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den Käpt'n. Weil sie sehr stolz ist. So stolz. Das ist eine süße Zeichnung. Das ist eine süße Zeichnung. Ein Funke, sagst du. Vater, nein. Bitte. Bitte. Stay out of it, Lilly. Warum... Warum nicht du... Just leave uns allein? Okay, nicht jede Lampe sagt was. Okay, das ist halb gezeichnet, halb gephotoshoppt irgendwie, ne? Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Jeder braucht so seine Motivation und Kinder wollen spielen, meine Güte. Du Monster! Deswegen die Bilder mit dem einen Auge. Boah, wie cool das aussieht. Okay, der wird so seine Route abgehen, schätze ich mal. Ich warte mal, bis er das nächste Mal hier vorbeikommt. Oder auch nicht. Da geht's mal wieder zurück, oder? Ja. Ja, ich geh mal. Ich geh einfach mal. Wenn ich sterbe, wird's schon nicht so schlimm sein. Auf einmal ist es ruhig. Ist das ein Safe Place? Oh! Ja, vielleicht ist das ein Safe Place. Was tue ich hier? Wo muss ich hin? Was tue ich hier? Ich stelle mich hier auch mal rein. Vielleicht braucht man die Zeit ja. Oh! Ich stelle mich hier auch mal rein. Mich beruhigt das nicht, dass es da drin so ruhig wird. Ich finde das eher beunruhigend, dass es so ruhig wird. Oh! Kommst du hier jetzt nochmal vorbei? Oder auch nicht. Ähm. Was? Okay. Äh, okay. Nicht sein. Muss ich das jetzt alles von vorne machen? Nein, okay. Oh. Wer stirbt des Allerschulden quitt? Ist auch was wahres dran. Wir folgen dem Strahl. Ist den Ort nahm die Folge ihm. So, machen wir so. Ich darf ihm nur nicht ganz zu sehr zu nahe kommen. Und hier habe ich jetzt das Problem, dass ich da vorne nicht weiß, wo ich lang soll. Ich nehme mal den Baumstumpf da mit. Guten Tag. Der kommt doch hier bestimmt gleich wieder vorbei. Kalt ist es hier ein bisschen. Katzen, wo seid ihr, wenn man euch braucht? und wie gesagt. Oder ich lass es dir... wird ausschalten. Und da ist es hier auch nicht. Wirònigen's nicht. Das ist das.